Ich habe schon oben gesehen, das kleine Fernsehspiel, muss man sagen, Bälle, die auf Ziegen starren, Argentinien, die Bayern, und dann war wie so Spottart, da hat dann Holland gegen Niederlande gespielt, war ohne Tor am Anfang, der Schuss ist komplett nach vorne losgegangen. Ich glaube auch die Argentinier, die mähnen, wenn man ein Spiel gewinnt, das ist ein Endspiel, das reicht, alle anderen können wir losen. Die haben sechsmal gelost, aber auch immer gewonnen, ich weiß gar nicht, aber so vom Ding her, die sollen sich mal ein Beispiel alle nehmen, guck mal Italien, Spanien, England, die sind seit zwei Wochen ungeschlagen. Wie mir, ich sage dir, in Frankreich in zwei und in vier Jahren beim Putin. Jetzt sind wir mal am Ding. Dann bin ich aufgewacht, ich habe ja Kaffee gesagt, ich habe noch nie oben Kaffee, dass ich überhaupt, irgendwann, wie ich aufwache, sehe ich Elfmeterschießen. Dann kam das Elfmeterschießen, alle hatten die Hose voll, aber bei mir lief es ganz flüssig.